Herzlich Willkommen zu diesem Video und zwar ist es ein Teil 1 von ein paar weiteren zum Thema Code-Zauber. Verzaubere sie alle und die Idee von dem Ganzen basiert auf dem XO-Spiel von Jens Gallenbacher aus Abenteuer Informatik. Also los geht's. Wir haben, das kannst du auch alles nachher in echt selber nochmal nachspielen, das siehst du dann auch, beziehungsweise nachzaubern. Dann haben wir nämlich ein paar Karten und zwar ist auf der Vorderseite eine 0 und auf der Rückseite eine 1. Also je nachdem wie du sie drehst oder wendest, sieht man halt eben die 0 oder die 1. Ich habe das hier noch farblich unterschieden, einfach damit es ein bisschen klarer ist. So und dann nehmen wir nicht nur eine Karte oder zwei, wie du sie hier siehst, sondern gleich mal 25. So, jetzt haben wir hier also 5 Reihen, 5 Zeilen und jeweils 5 Kärtchen liegen da drin. Jetzt kommt der Zaubertrick. Also, ich möchte dich bitten, du bist jetzt hier mein Mitspieler, mein Freiwilliger, dass du mal diese Karten so rum oder so rum irgendwie wahllos zufällig hinlegst. Also drehen wir mal ein paar um. Jetzt siehst du, haben wir hier 25 Kärtchen, ein paar sind auf 1, ein paar sind auf 0 gedreht. Und weil ich jetzt als Zauberer sage, hm, ich mache es noch ein bisschen komplizierter, jetzt lege ich, jetzt lege ich da nochmal jeweils eine Zeile und eine Spalte dazu. Machen wir mal hier oben eine 0 dazu, hier auch nochmal eine 0, da auch eine 0 und weißt du schön, ist noch eine 0 und da könnte jetzt doch mal eine 1 kommen. So, jetzt gehen wir zu den Spalten. Hier lege ich noch eine 1 dazu, hier lege ich auch eine 1 dazu, hier eine 0 und da eine 1 und dann sieht es doch hier mit einer 0 noch gut aus und eine 1. Alles klar. So, jetzt kommt der Zaubertrick. Tada, Zauberer. Und zwar sage ich, ich verbinde mir die Augen oder man kann sich auch einfach umdrehen, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und du darfst ein Kärtchen umdrehen. Und ich versuche dann mit magischen Kräften hinterher dir zu sagen, welche du umgedreht hast. Also, jetzt hier, zack, einmal die Augen verschlossen und jetzt darfst du eine Karte rumdrehen. Zack. Hast du gemacht? Gut, alles klar. Jetzt guckt der Zauberer wieder hin und sagt, mein Zauberstab, mein Zauberstab sagt mir, diese Karte hast du umgedreht. Und das stimmt. So, ist jetzt im Video nicht ganz so spektakulär. Das kann man auch in echt machen. Aber die große Frage ist und bleibt ja, wie hat er das gemacht? Der Zauberer. Hast du schon eine Vermutung? Und zwar mit einer geraden Parität zweimal. Lass es mich dir erklären. Hier haben wir unsere Ursprungskärtchen, die 25 Stück. So, und jetzt gerade Parität. Das heißt, in der ersten Zeile hier oben habe ich 1, 2, 3, 4 Einsen. Das heißt, eine gerade Anzahl. Dann kommt hier hinten eine 0 hin. Hier habe ich 1 und 2 Einsen, also auch gerade. Dann brauche ich hier wieder eine 0. Dann schauen wir hier. 1, 2, 3, 4 ist ebenfalls gerade, also wieder eine 0. Dann nächste Zeile. 1, 2 ist auch gerade, wieder eine 0. Und hier 1, 2, 3. Um jetzt die gerade Parität herzustellen, muss hier eine 1 hin. Das war die erste Runde. Und jetzt kommt die zweite Runde gerade Parität, und zwar von oben nach unten jeweils. Also schauen wir mal. 1, 1, 1 sind 3, plus 1 hier unten sind dann erst 4. Also das Paritätsbit muss eine 1 sein. Wenn wir hier schauen, 1, 2, 3, wieder ungerade. Also brauche ich eine 1 als Paritätsbit, um wieder gerade zu sein. Hier geguckt. 1, 2, 3, 4 ist schon gerade, also reicht mir eine 0. Hier gucken. Eine 1 ist ungerade, also noch eine 1 dazu. Dann gucke ich hier. 1, 2, 3, 4 ist schon gerade, also eine 0. Und in der letzten Spalte 4 Nullen eine 1, also noch eine 1, damit das gerade ist. So, und jetzt kommt der Zaubertrick. Augen zu. Dann wird eine Zahl umgedreht, diese hier. Und jetzt mache ich die Augen wieder auf. Und jetzt guckt der Zauberer. Erste Zeile, gerade Parität passt. Zweite Zeile, gerade Parität passt. Dritte Zeile, gerade Parität passt. Vierte Zeile, oh, hier habe ich nur eine 1, aber das Paritätsbit ist eine 0. Das heißt, also in dieser Zeile hier, da muss irgendwie was falsch sein. Dann gehe ich das gleiche Spiel von links. Erste Spalte, 1, 2, 3, 4 ist gerade. 1, 2, 3, 4 ist auch gerade. 1, 2, 3, aber hier unten das Paritätsbit ist eine 0. Das heißt, es muss sich also um diese Spalte hier handeln. Ja, und dann gehe ich einfach so und so da durch. Und hier im Schnittpunkt, da habe ich dann eben die umgedrehte Karte. Ich hoffe, du hast es verstanden. Wenn nicht, dann guckst du dir einfach nochmal langsam an. Du bist nämlich jetzt an der Reihe. Nimm dir so ein Karten-Set und versuche, selbst den Zaubertrick mit einem Partner durchzuführen. Ich wünsche dir viel Spaß.